Hey Leute was geht? Willkommen zu diesem neuen Tippspielvideo. Es gibt ein neues Tippspiel-Video auf meinem Kanal. College Football, also die untere Klasse der NFL, wo die Unis Millionen zahlen, reich werden. Und wir tippen jetzt das Endspiel im College Football. Das National Championship Game zwischen LSU und den Clemson Tigers. Die Clemson Tigers gewinnen mit 20 zu 28. So, das war's vom College Football Endspiel National Championship Game. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren und wir sehen uns. Ciao! 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 Ciao!